20 Jahre BNI in Deutschland. Was ist vor 20 Jahren 2003 passiert? Es war der Startschuss des Unternehmernetzwerks BNI in Deutschland. Im September 2003 wurden in Berlin und in Stuttgart die ersten beiden Unternehmerteams in Deutschland gegründet. Der Beginn einer neuen Ära, einer neuen Art, wie man gemeinsam Geschäfte macht. Gab es Zweifel, dass das in Deutschland funktioniert? Definitiv. Gerade zu Beginn. Funktioniert nie in Deutschland. Schon gar nicht zu dieser Uhrzeit. Wie oft haben wir das gehört? Und es kam doch ganz anders. Seit 20 Jahren vertrauen jedes Jahr mehr und mehr Unternehmerinnen und Unternehmer auf das BNI-Netzwerk. Mittlerweile sind es schon beinahe 11.000 Unternehmer in Deutschland, die sich regelmäßig treffen, sich regelmäßig weiterhelfen. Und die Tendenz ist stark steigend. Wir werden oft gefragt, was genau bringt denn für mich BNI? Hätten Sie gedacht, dass Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland in den letzten 20 Jahren 3,9 Millionen Empfehlungen ausgetauscht haben? Aus denen direktes Geschäft entstanden ist? Wie viel war das? Es waren 7,2 Milliarden Euro provisionsfreier Umsatz. Den Unternehmer erzielt haben, weil sie im BNI-Netzwerk dabei waren. 7,2 Milliarden Euro. Wow! Danke an alle, die Empfehlungen gegeben haben, die zu Geschäft geführt haben. Basis dieses Erfolges ist das Vertrauen. Das Vertrauen, das in wöchentlichen Meetings aufgebaut wird. Inzwischen gab es in Deutschland über 200.000 Chapter-Treffen. Es hat sich viel getan und es ist großartig zu sehen, wie BNI das Leben vieler Menschen nachhaltig verändert hat. Auf geschäftlicher Ebene, aber natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern herzlich bedanken für ihr Vertrauen, für ihren Einsatz und für das, dass ihr wer gibt gewinnt, einfach weitertragen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn man vielen Leuten hilft, einem wieder zurückgeholfen wird und so einfach Verbindungen entstehen, die nie entstanden werden. 20 Jahre BNI in Deutschland. Ein Grund zum Feiern. Auf der DAKON in München, im September bei einem großen Frühstück in Stuttgart und im Kanzleramt in Tiki in Berlin. Wir werden 20 Jahre gebührend feiern. Ich lade euch ein, dabei zu sein. An alle, die BNI noch nicht kennen, noch nicht erlebt haben, besucht eines unserer Unternehmerteams. Auf bni.de findet ihr eine Liste aller Unternehmerteams, die in Deutschland sich derzeit treffen. Mein Name ist Michael Mayer von BNI, wo sich Kontakte in Kontrakte verwandeln. Wir sehen uns bei BNI.